Hallo zu den Heimkinder-Raum-Video-News, mein Name ist Christian Obermeier. Seit Jahren sind wir ja schon hier richtig aktiv im Verkauf von 4K-Projektoren und auch 4K-Fernsehern. Und wenn man so ein Gerät hat, dann jagt man eigentlich immer nach der besten Bildqualität. 4K-Material nach Hause ins Wohnzimmer zu bekommen, ist nicht ganz so einfach. Mittlerweile ist es aber leichter geworden bei den Smart-TVs, bei den Fernsehern. Es gibt ja integrierte Apps wie Netflix und Amazon, die tatsächlich mittlerweile auch 4K-Inhalte zeigen. Bei einer Großbildprojektion wird es schon ein bisschen schwieriger. Da warten wir noch auf die UHD-Blu-Ray. Wie sich aber dieses Jahr zu über gezeigt hat, kann das leider noch ein bisschen dauern. Wir rechnen also erst, naja, wenn man ehrlich ist, in einem knappen Jahr mit richtigem 4K-Content in Form von einer UHD-Blu-Ray. Okay. Aber seit letzter Woche Montag hat Amazon uns das Leben dann ein bisschen leichter gemacht mit ihrem neuen Fire TV 4K. So sieht der Kleine aus. Was steckt drin? Wir sind in der Lage, 4K-Inhalte zu streamen. Und zwar von Netflix und auch über Inhalte, die Amazon hier bereitstellt. Damit das Ganze auch in 4K funktioniert, braucht man hier spezielle Anforderungen an die Hardware. Wir haben einmal ausgangsseitig hier, ja, oder als Quelle diesen Fire TV, der auch den neuen Kopierschutz HDCP 2.2 unterstützt für die 4K-Ausgabe. Dann braucht man selbstverständlich auch die ganze Kette 4K-fähig. Man braucht also einen AV-Receiver, durch den man das durchschleift, der dies unterstützt und auch einen Projektor. Denn wenn man einen konventionellen Full-HD-Projektor hat, dann hat man auch nichts hier von der höheren Auflösung. Es wird also nicht vom Projektor runtergerechnet. Man braucht also wenigstens einen Projektor mit einem sogenannten 4K-E-Shift, so wie zum Beispiel der neue JVC X5000 oder der Epson LS10000. Idealerweise hat man dann ein natives 4K-Gerät von Sony. Da geht es dann los bei dem VW 320 bis hoch zum VW 1100. Wichtig ist auch, was man nicht unterschätzen darf, die Kabel. So ein 4K-Material ist schon eine ziemlich hohe Anforderung an ein HDMI-Kabel. Ich kann also nicht hier das 0815-Kabel nehmen, das ich bei meinem 27P-Projektor verwendet habe. Da muss man unbedingt darauf achten, gerade wenn die Distanzen länger werden, wenn ich also sowas im Wohnzimmer vielleicht verlegen muss, ein 10 Meter HDMI-Kabel, das sollte dann schon wirklich von höchster Güte sein. Was man auch wissen muss, Funksysteme, also Funkübertrager in dieser 4K-Auflösung oder UHD-Auflösung, die gibt es momentan noch nicht. Der Fire TV ist ausgestattet hier mit einem HDMI-Anschluss. Es gibt hier noch einen Netzwerkanschluss und wir empfehlen unbedingt den Netzwerkanschluss zu verwenden, um hier wirklich eine hohe Geschwindigkeit zu gewährleisten, damit man auch tatsächlich 4K-Videos streamen kann. Das Ganze geht auch per WLAN. WLAN ist integriert, auch der AC-Standard. Also wenn der Router das auch kann und die Verbindung gut ist, kann man tatsächlich auch 4K-Inhalte hier per WLAN streamen. Es gibt hier noch einen kleinen SD-Kartenslot, der dient aber nur in Anführungszeichen zur Speichererweiterung. Ich habe also hier einfach mehr Platz, wenn ich eine SD-Karte reinstecke, um Apps, verschiedene Apps oder Spiele hier zu installieren. Der USB-Anschluss, der hier noch dran ist, den kann man auch verwenden, um verschiedene Dinge zuzuspielen, zum Beispiel Fotos oder Videos. Allerdings ist hier standardmäßig nichts vorgesehen auf der Software von Amazon. Man braucht hier also erstmal eine App, die diesen USB-Anschluss erstmal gängig macht, zum Beispiel eine Foto-App, wenn man Fotos sehen möchte, die nicht hier im Amazon Cloud Drive hinterlegt sind. Denn darauf kann der Amazon Fire TV direkt zugreifen. Schauen wir uns aber im Detail gleich nochmal an. Im Lieferumfang enthalten ist eine kleine Fernbedienung, die hier wirklich hervorragend gut funktioniert. Das ist eine kleine Neuerung. Diese Fernbedienung verbindet sich per WLAN mit dem Fire TV, anders als es vorher der Fall war mit Bluetooth. Dadurch hält die Batterie einfach deutlich länger. Per WLAN heißt, ich brauche keinen Sichtkontakt zum Gerät. Ich kann also hier ganz bequem, egal in welche Richtung ich ziele, mich hier durchnavigieren. Das Ganze funktioniert auch sehr schnell und präzise. Hier oben gibt es noch eine Mikrofontaste. Ich kann diesen Fire TV auch mit Sprachbefehlen steuern. So finde ich dann entsprechend schnell auch dann meine Serien. Wenn ich also jetzt hier mal schaue, da gibt es eine tolle Serie mit John Malkovich. Crossbones. Dann dauert es hier nicht mal eine Sekunde. Er schlägt mir schon direkt Crossbones vor. Ich bestätige mit OK und man sieht, wie schnell und flüssig das funktioniert. Und das ist eigentlich auch der wesentliche Unterschied neben der 4K-Funktion zu dem alten Fire TV. Die Geschwindigkeit, die man hier hat, ist wirklich überragend. Alles funktioniert wirklich hier sehr, sehr flüssig und geschmeidig und ultraschnell. So haben wir das auch noch auf keinem Smart TV gesehen, muss man hier auch ganz klar mal sagen. Also auch ein Smart TV-Nutzer profitiert tatsächlich hier von dieser schnellen und genialen Bedienung. Aufgebaut ist das Ganze folgendermaßen. Auf der linken Seite hat man hier verschiedene Kategorien und rechts die entsprechenden Inhalte dazu. Schön gestaltet hier auf der Startseite habe ich immer meine aktuellen Dinge. Das heißt, wenn ich gerne Netflix sehe, dann ist es auch direkt hier auf der Startseite. Und wenn ich mir meine Serien anschaue, wie zum Beispiel Mad Dogs, dann kann ich auch direkt in dieser ersten Seite einfach weiterschauen. Das Gleiche gilt auch hier für verschiedene Apps. Der nächste Punkt ist Prime Video. Wenn man so ein Fire TV nutzen möchte, dann empfiehlt es sich natürlich, Amazon Prime-Kunde zu sein. Denn dann habe ich für rund 50 Euro im Jahr Zugriff auf die Videothek, die Mediathek von Amazon. Also auf Prime Video, da gibt es hier allerhand an Inhalte, die hier direkt schon mit im Preis angeboten sind. Sogar UHD-Serien. Und diese Kategorie ist eben jetzt hier neu. Da gibt es auch allerhand an Inhalte. Sollte man gar nicht unterschätzen. Das ist also wirklich keine Zukunftsmusik mehr. Wir haben hier schon zig Serien drin. Und auch einige Filme, leider sind die Filme nicht im Paket mit enthalten. Die Filme muss man also separat sich nochmal ausleihen oder kaufen. Und es gibt auch spezielle Serien, die man sich dann entsprechend gegen Bezahlung ausleihen oder kaufen kann. Wenn wir jetzt mal so eine Serie starten, in UHD-Qualität. Starten wir hier mal Mad Dogs. Dann sieht man hier, es dauert kurz für UHD-Wiedergabe vorbereiten. Jetzt schaltet er die Auflösung um. Hier gibt es einen kleinen Kritikpunkt. Was wir gerade gesehen haben, war 1080p mit 60 Hertz. Wenn das Gerät hier umschaltet auf 4K, auf den UHD-Betrieb, so wie wir es jetzt gerade sehen, dann wird auch die Auflösung gewechselt und zwar auf 24p. Und das ist natürlich hervorragend, wenn ich mir einen Film anschauen möchte. Ist allerdings nachteilig, wenn ich eine Serie habe, wie hier zum Beispiel Mad Dogs, die dann in 60 Hertz vermutlich gedreht ist. Dann handele ich mir schon ein bisschen ein ruckligeres, nicht ganz so flüssiges Bild ein. Was passiert, wenn wir so einen UHD-Film oder Serie starten? Es braucht ein paar Sekunden, bis er auch wirklich die volle Auflösung aufbaut. Und dann nach wenigen Sekunden, ich sage mal spätestens nach 20 Sekunden, kann man hier tatsächlich so eine Serie in einer nie zuvor gesehenen Qualität genießen. Das Ganze, wenn man das jetzt wirklich mal vergleicht mit einer Blu-ray, sind die beiden Signale schon sehr dicht beieinander. Also die Bildqualität ist schon fast vergleichbar mit einer Blu-ray. Die Auflösung ist ein bisschen höher, das kann man auch im Detail noch sehen. Dafür ist das Bild ein bisschen ruckliger. Man sieht auch teilweise ein paar Komprimierungsartefakte. Das ist natürlich stark komprimiert, so ein Signal. Deswegen würde ich sagen, es ist vergleichbar mit einer Blu-ray. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Wer allerdings sowieso Netflix und Amazon Prime streamt und den Full-HD-Stream kennt, der kann sich wirklich freuen, denn das ist hier wirklich ein Riesengewinn. Das hat nichts mehr mit einem Full-HD-Stream zu tun. Hier bekommt man wirklich eine überragende Bildqualität auf Knopfdruck, ganz bequem ins Wohnzimmer. Neben den Serien gibt es hier auch noch verschiedene Filme. Und die Filme, wie gesagt, derzeit nur zum Kauf oder zum Leihen. Und hier langt Amazon schon kräftig zu. Es gibt zwar wirklich eine große Auswahl, kann man hier sagen. Aber wenn wir hier mal reingehen, Captain Phillips, was Amazon hier aufruft, 25 Euro, um den Film zu kaufen. Den kann man jetzt nicht mal mehr leihen. Vor ein paar Tagen konnte man den noch ausleihen. Die UHD-Filme kann man, wie ja vorher schon erwähnt, nur leihen oder kaufen. Wenn man hier mal einen Film aufruft, dann sind die teilweise schon relativ teuer. Man sieht also 23 Euro und das dürfte so ziemlich das Günstige sein. Oder 7,99 zum Leihen. Leihen bedeutet, ich habe 48 Stunden Zeit, mir den Film anzuschauen. Wenn ich also am Abend wirklich einschlafe, kann ich am nächsten Abend den Film natürlich noch mal sehen. Oder weitersehen. Ghostbusters hier zum Beispiel ruft Amazon sage und schreibe 30 Euro ab für so einen Film. Das ist also schon ganz amtlich. Dafür muss man aber sagen, die Auswahl, die hier zur Verfügung steht, ist wirklich gigantisch. Wenn man sieht, dass ja UHD oder 4K-Content hier noch voll in den Startlöchern steht. Da ist es hier schon sehr beachtlich. Sogar Lawrence von Arabien soldt. Soldt, was hier also verfügbar ist, Hut ab. Wir haben das Ganze hier mal anhand von zwei Beispielen getestet. Da gehen wir hier noch mal zurück. Und zwar zum einen bei Elysium und After Earth. Und wenn wir hier den Film mal starten, dann können wir, wie man es gewohnt ist von solchen Streaming-Services, auch an der gleichen Stelle wieder fortsetzen, wo wir ja vorher aufgehört haben. Es sagt, wieder UHD-Wiedergabe vorbereiten. Schaltet die Auflösung um. Wir haben wieder 24p, was für so einen Film ja essentiell wichtig ist, dass der in der richtigen Auflösung wiedergegeben wird. Dann dauert das Ganze ein bisschen. Und ich hoffe, man kann es sehen. Die Qualität, die steigert sich dann immer Stück für Stück. Und irgendwann, nach ein paar Sekunden, ist eben dieser UHD-Standard erreicht. Hier muss man aber auch sagen, was wir festgestellt haben. Elysium ist jetzt hier eher ein schlechteres Beispiel, wenn man das vergleicht mit After Earth. After Earth sieht hier wirklich überragend gut aus. Das kann man von Elysium leider nicht behaupten. Da würde ich sogar sagen, sieht die Blu-ray einen Zacken besser aus. Bei dem zweiten Film, After Earth, den wir mal zum Test gekauft haben, da können wir schon sagen, das ist so eine Art Referenzfilm für uns, wie die Qualität sein muss. Denn da stellt Sony ja 4K-Content zur Verfügung, den wir auch als Händler zeigen dürfen von einem speziellen Content-Generator von Sony. Und hier muss man sagen, dieses gestreamte UHD-Material ist eigentlich gar nicht mehr von dem Material, das wir von Sony haben, von diesem Server zu unterscheiden. Also das ist hier wirklich in einer hervorragenden Qualität. Und da sieht man auch, dass es auch hier, wie es bei der DVD schon war, wie es bei der Blu-ray ist, wird es auch bei UHD-Content einfach Unterschiede geben. Manche Filme sehen einfach richtig gut aus. Manche Filme sind weniger gut gemastert. Also auch hier werden sich diese Unterschiede abzeichnen. Ein paar technische Details, die man noch erwähnen sollte. Es ist so, dass dieser Amazon Fire TV 4K-Player leider momentan nur zwei Auflösungen unterstützt. Und das ist 1080p mit 60 Hertz und eben UHD mit 24 Hertz. Das ist natürlich problematisch. Bei Serien hätte man natürlich immer gern bei amerikanischen Serien 60 Hertz, denn so sind die gedreht. Nur so kann ich wirklich ein flüssiges, ruckelfreies Bild gewährleisten. Bei deutschen Serien, wenn ich jetzt also hier Stromberg anschaue zum Beispiel, dann ist die in 50 Hertz gedreht. Da will ich eigentlich keine 60 Hertz haben. Ich habe aber keine Möglichkeit, hier umzuschalten. Und das Gleiche gilt für Filme. Wenn ich mir einen Full-HD-Film anschaue, dann wird der hier auch mit 60 Hertz ausgegeben. Das ist nicht optimal. Man liest zwar in amerikanischen Foren, dass das in diesem Fire OS, also im Betriebssystem, vorgesehen sei, dass man die Frequenz umschalten kann. Dem ist aber leider nicht so. Das Gleiche gilt übrigens hier bei Netflix und für die Amazon-Inhalte. Also auch bei Netflix starte ich einen 4K-Inhalt, dann wird dieser in 24p ausgegeben und alles andere in 60 Hertz. Hier können wir auch noch mal kurz reingehen bei Netflix. Da sieht man die App, die startet auch relativ schnell. Und da können wir noch mal einen kleinen Blick riskieren, wie es hier aussieht mit UHD-Content. Auch hier ist es so, Netflix produziert ja eine Serie nach der anderen. Und diese ganzen großen Serien sind eigentlich alle hier auch in 4K drin. Also wir haben House of Cards, Narcos übrigens sehr zu empfehlen, wie das Drogenkartell in Kolumbien entsteht, Blacklist, Better Call Saul und so weiter und so weiter. All diese Dinge sind also schon in 4K erhältlich. Was den Ton angeht, hierüber sollte man vielleicht auch noch ein Wort verlieren. In den ersten Tagen oder in der ersten Woche war es gar nicht möglich, hier überhaupt einen vernünftigen 5.1-Sound rauszubekommen. Amazon hat hier aber nachgebessert. Seit, ich glaube, zwei Tagen gibt es einen Dolby Digital Plus-Upgrade der Firmware, also des Betriebssystems. Und somit sind wir also auch in der Lage, ein vernünftiges 5.1-Signal hier rauszubekommen. Was leider nicht geht, ist Dolby True HD und DTS HD Master. Diese Dinge sind nach wie vor nicht vorgesehen. Jetzt hat man also so einen 4K-Player, dann möchte man natürlich auch seine Fotos in der möglichst perfekten Qualität ja hier in sein Heimkino bringen, auf seinen Fernseher, auf seine Leinwand. Da ist es gar nicht so leicht, denn die eingebaute Foto-App, wenn wir uns die mal hier anschauen, Fotos, die lässt wirklich hier nur die Fotos zu, die auf dem Amazon Cloud Drive gespeichert sind. Alles andere kann ich hier gar nicht wiedergeben. Also auch wenn ich hinten einen USB-Stick reinstecke oder versuche, über die Micro-SD-Karte was zuzuspielen, funktioniert alles nicht. Ich brauche hier zwingend eine App und da gibt es hier den App Store. Da kann ich mir dann verschiedene Dinge kaufen. Kann man hier auch nach Kategorien, glaube ich, sortieren. Hier sind wir, Unterhaltung. Gestern waren noch Fotos drin. Hier gibt es also die Kategorie Fotografie und ich muss mir also hier entweder so eine kostenlose App downloaden oder eine kaufen. Die sind auch gar nicht teuer, diese Apps, aber wir konnten hier noch keine finden, die wirklich dann die Inhalte in 4K ausgibt. Also hier gibt es einige Apps, die greifen vielleicht auf ein Google-Picasa-Album zu oder auf ein SkyDrive von Microsoft, Dropbox etc. Das funktioniert alles, aber die Ausgabe erfolgt immer in 1080p. Ich hoffe, dass wir hier auch bald mal eine App finden können, die es uns ermöglicht, die Fotos in dieser brillanten UHD-Qualität zu zeigen. Neben dieser klassischen Foto-App kann man hier selbstverständlich uneingeschränkt auf den App Store zugreifen. Da gibt es natürlich hier tausende Apps von Yoga-Übungen über Kinderdinge, Spiele, Musik etc. Was man hier auch noch wissen muss, ist zum Spielen gibt es einen separat erhältlichen Game-Controller. Es gehen die alten Controller, die Amazon hier zur Verfügung stellt oder eben auch die neuen, die dann noch mit so einer Sprachsuche ausgestattet sind. Und dann kann man hier, wenn man möchte, vernetzt übers Internet mit seinen Freunden auch mal eine Runde zocken. Alle Dinge, die man hier kauft im Amazon-Store, die landen hier in der Bibliothek. Da sind jetzt also unsere beiden Testfilme drin. Die kann man sich dann auch auf sein Tablet oder auf sein Smartphone runterladen, allerdings dann nicht in UHD. Die werden dann in Full-HD-Qualität, so wie wir das momentan sehen, runtergeladen. Da kann man die auch natürlich mit in Urlaub nehmen. Dann gibt es hier noch die Spiele. Und dieser Fire TV ist schon ziemlich leistungsstark, wenn man auch mal sieht, wie winzig klein der ist. Hier gibt es also schon allerhand lustige Spiele, die man hier ausprobieren kann. Es ist klar keine PlayStation 4, die hier mit Mords mit sich Prozessorleistungen und Grafikleistungen ausgestattet ist. Aber vom Spielspaß finde ich schon, dass hier einiges geboten ist. Zum Beispiel Crossy Road. Man kann hier steuern über die mitgelieferte Fernbedienung. Wem das zu doof ist, wer hier lieber einen richtigen Game-Controller haben will, der findet natürlich hier auch auf Amazon den entsprechenden passenden Game-Controller, um dann hier wirklich auch mal richtig zu zocken. Wenn wir hier weiter runtergehen, in App Store hatten wir schon die Musik. Das ist hier noch ein Thema. Wer auf Amazon ein Musikalbum kauft in Form von MP3 oder auch teilweise die CDs, die gekauft werden. Da gibt es ja diese Auto-Rip-Funktion. Diese Musik, die gekauft ist, die taucht automatisch hier auf in dieser Kategorie Musik. Und so kann ich die jederzeit digital hören. Können wir hier sehen. Wir können jetzt also hier mal reingehen und Michael Jackson hören. Und auch das funktioniert wirklich überragend, einfach und schnell, flüssig. Sie konnten es gerade sehen. Da muss man wirklich sagen, dieses Ding funktioniert einfach. Wer also einen 4K-Projektor hat und nicht noch ein Jahr auf UHD-Content warten will, der kann hier wirklich zuschlagen. Das ist eine absolute Empfehlung, um hier wirklich in einer überragenden Bildqualität zu Hause eben solche Filme oder Serien genießen kann. Wer noch keinen 4K-Projektor hat, der sollte mal über so eine Anschaffung nachdenken. Der ist auch natürlich herzlich eingeladen, uns hier mal im Heimkinderraum in ihrer Nähe zu besuchen, um sich wirklich mal einen Eindruck zu machen, zu verschaffen oder auch mal solche Geräte zu vergleichen. Wie sieht denn sowas aus auf einem Full-HD und wie sieht es aus auf einem 4K-Projektor oder Fernseher? Diese Dinge können wir hier in unseren Räumlichkeiten zeigen. Und zwar auch mit diesen entsprechenden Filmen, weil wir dafür auch die entsprechenden Lizenzen haben. Das heißt, man muss hier nicht irgendwelche Demo-Trailer anschauen. Wir können das anhand von richtigen Exempeln, von richtigen Filmen auch zeigen. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, dann bitte gleich hier unten einmal liken. Bleiben Sie up to date. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.